Sonnenpädere Adonabi, die hat Döcher Pädre. Die Kärme, die spürt, bei Atschich, nen Döcher, der Döcher, Pädre, ihr Zöi, Kär, ihr Zöch. Es kommt Schuhr, Spürnach, hat Döcher, mit Sengob, gechümpelt, die Bechab, es Apolizig, der Natsch, gehönt, die er Möchete, es Tammer Natsch, Tannis Schamde. Es ist Pädre, nen Tappen Natsch, Mödesch, ne, jachok, gespürt, dem Möchach hören. Da hat Döcher, Winsengob, der Döcher, Sondag, der Kachessus, Pädre, bespürt, beaatsch, es Döcher, den Tade, die eben, du gespürt, es Sust, als Ooi. Ech, ne, des Sengaz, mach, a Jotsch, Jammetz, duk, esch, du, esch, zu, abt, Gotsch, es, mocha, Gerusalen, mir, zu, abt, erk, man, am Jukada, ha, israelitich, Kehrst du den Garsch an Juden. Die können wir mit der Töch. Und die wollen, dass wir uns nicht sagen können. Senf, wirも니t. Du siehst den Garsch an. Jürgen, die haben schon nicht gehalten. Wie ist es denn jetzt weg? Wenn Jesus hinausgeht. Nicht zu Hause der Polizei. Die wird nicht gemacht, wie im Bereich der Jesus ist. Die können uns an so ein Ort sein. Wie ist der Garsch an? Wenn du dich an必ulich? Du kannst dich nicht schicken. Den Garsch an und geh. Ich werde eines Mal betrieben, wie mir Gössef gemacht hat, in nur dem Job zu schützen. Und ich suche ein anderes Mal, wie es am liebsten sind. Ein lautgeräusch, wo ich ansteckend bin und nicht mehr aufgewandelt bin. Ich habe mich anstrengen. Hier kann ich in die Kabine spielen, so kann ich nicht mehr aufgewachsen. Ich sehe hier nicht, weil der Beruf jetzt über sich so zu unterhalten ist. Ich habe es schon mal. mit ihr, bei der Stich hat er auch an Jesus, es nicht sich hat er auch ehrlich.